Nämlich endlich nen Job, der geht ab 17. los. Am 17. hab ich Frühschicht die Woche und nach der Woche hab ich dann Spätschicht. Und deswegen sag ich einfach nur Scheiße. Vielleicht hab ich ja Glück und krieg danach nochmal ne Woche Spätschicht. Wär geil. Weil nachts zu streamen, hätte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt so viel Lust, aber wenn's nicht anders geht, geht's nicht anders. Bloody von Destiny. Äh, ehrlich gesagt, ja, natürlich. Meine Lieblingswaffen waren immer Sturmgewehre. Kann mir vorstellen, dass ich was anderes nehme. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt gucken wir mal nach, wie viel ich davon abgeben kann. Ah, fast fertig. Halt, da bleibt schon wieder Level ab. Geht ihr hier ruckzuck wie, 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 was weiß ich was. So, wenn wir den Resten abgeben, dann hab ich das jetzt schon wieder fertig. Bloody, du kennst doch bestimmt dessen, hier hast bestimmt doch schon davon gehört, oder? Oh, scheiße. Also. Enough, Slumber! Nooo! 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 So einen sauer... Hey. Ich sag jetzt nicht, dass das, was ich denke, was es ist. Oh, scheiße, ich hatte recht. Es ist das, was ich denke, was es ist. Ja, Bloody ist ein Shooter im MMORPG. Von Bungie, um genau zu sein, ist es ein MMORPG Shooter. Ja, aber Bloody, das ist ein Konsolen-Shooter. Es wurde bisher noch nicht bestätigt, dass es überhaupt für PC rauskommen wird. Bisher wurde es nur für die Konsole konstruiert. Und die wollen noch schlappe 500 Millionen in das Spiel reinlegen. Lass mir einen übrig, ihr weinenden Schweine-Ehr. Ah, gut. Ja, dann kannst du dich holen. Eigentlich darf ich das Herz noch nicht machen. Ich bin noch nie Level 56. Also geht mir sowas von einem Arsch vorbei. Wir sind heute Psychopathen. Dann gehen wir heute mal in den Garten. Okay. Ja, also ich werde wahrscheinlich Sturmgewehre, Sniper und... Naja, mal sehen. Wenn es Schwerter gibt wie bei Defiance, dann werde ich natürlich ein paar Schwerter nehmen. Oder? Ich bin noch nie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hau drauf! Mistkröte! Also ich glaube, ich gehe jetzt erst mit meinen neuen Waffen mal schnell abholen. Ich glaube, diese paar Kupferen mehr oder weniger. Ja. Ja. No one. No one. No one. No, 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 no. Wo ist der nette Fokus? 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 Gut. Gut. Wirst du ja dann sehen. Die Mini-Keys. Scheiße. Da ist die alte Kleine. Die Mini-Keys. Scheiße. Das ist das geil. Na egal. So, dann geht's mal weiter in Eisenmark. Weiter töten, 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 töten. Oh, scheiße. Ich hab eines vergessen nachzusehen. Wenn ich jetzt nachgucke und es sehe. Ich wusste es. 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 Ich wusste es.